hallo werter patient und werte patientinnen und herzlich willkommen zu einem neuen projekt auf dem kanal wir spielen battleblocks hier da aber wir sage ich weil ich nicht alleine bin ich hätte mir jemanden zugeholt der das spiel schon kennt aber darin wohl absichtlich schlecht ist den master of suicide hi leute master of suicide hier und ja absichtlich schlecht würde ich jetzt nicht nennen aber wirst du dann schon sehen okay ich bin gespannt tipp okay hattie hattington say hi to hattie hatty was like king friend of friendship kingdom best friend to one and all and the walking definition of handsome gentleman now one fine morning hattie and pal set out for a new exciting adventure what fantastic wonders would they discover this time perhaps they'd come across a scary ghost ship perhaps they'd find a island made entirely of candy perhaps they'd meet a band of scary swashbuckling pirates and join forces to find an island made entirely of candy who knew but it didn't matter so long as they were together there were smiles to be had and adventures to be shared now today twas a day like any other adventure a day spirits were uncrushably high everyone was singing and dancing and having a jolly time when suddenly the ocean was all like surprise and a huge massive storm brewed out of nowhere wazusch jumbled boy that was quick wazhoos and there was thunder boom and the lightning boom and the wind boom wazhoos and like that it was over is everyone okay said hattie I don't know what I'd do if I lost even one of you had he continued but the eye of the storm is very misleading children never turn your back on it's because the ocean was all like site Und es kam zurück, immer wieder das ganze Zeit. Twice als groß. Als wenn Poseidon himself extended seine Hand in Freundschaft und sie spät in seine Mouth. Boy, er war fit. Er war verrückt. Und dann kam der Reginald wie ein Schauer von Bullets. Und die Floorboards waren buckling, creak, und breaking, und die Schäden der Schäden waren wie ein Schäden von Tränen. Und dann Reginald kommt, und er sagt, dass sie sich in der Falle von Tränen und alle anderen waren, was so, wirklich? Was tipped du auf, Genius? Und dann Hattie war all like, hey, be nice! Woosh, 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 woosh! Huge giant waves thrashed the boat to and fro, fro and to, carelessly sprinkling friend after friend into the cold, unforgiving abyss of the deep, dark ocean. Everyone was screaming, help me! Splash! Splash! And there was this huge whale, like, Muah! And it made it super scary. And I think there was a shark. Yep, there he is, oh God! And then Hattie was all like, hold on to your butts, land ho! And bang, 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 smash! A shipwreck, as foretold by their fate books of fate. And while it seems like the end, this is merely the beginning of another fantastic journey for the brave crew of the SS friend ship. Okay. What a strange, mysterious island. And what's this? The shore is riddled with a little friend-sized footkrieg. Ah, da sind wir! Hör auf, auf mal rumzuspringen. Wie kann ich hier? Okay, Leertaste. Äh, solltest du gerade sprechen, du hast vermutlich wieder dein Kabel rausgezogen? Hat gar nichts gesagt. Ach so, okay. Äh, weil ich gerade noch mal schon in die Optionen muss, mit dem Sprecher ein bisschen... Eins. Ja, mach ich damit Zeit auf. Bei mir geht die Akustik gerade. Hm. So, wir sind jetzt hier also ganz toll gelandet. Jo. Joho, komm mal schon noch mal raus. Ich kann nicht mehr raus! Ich auch halt. Das ist hier ein bisschen creepy. Ach so. Ich bin eine Pyramide. Ich gehöre zur Ausstattung. Na gut. Guck mal, hier ist ein Skelett. Oh! Das ist ja... Das ist ja super! Ja! Oh! Sorry! Wie hast du das gemacht? Äh, B auf dem Controller bei mir. Hm. B hab ich nicht so ähnlich. Ich hab keinen Controller. Naja, ich schaff da schon irgendwie alles rauszufinden. Oh ja. Send help! Oh, guck mal, da ist die SSS Friendship. Ah, mit Space kann ich springen. Ja, das weiß ich ja schon. Hey, ich hab dich gerade als, als Punktplattform. Schön, dass ich helfen konnte. Ah, immer wieder... Ich bin dein König. Schau dich mal ein Skinnern. Aber ich bin das Dreieck. Da oben ist gruselige Gniezekatze. Das ist echt gruselig. Sieht doch süß aus. Ist ja okay. Es ist die nächste Geschichte. Das ist ja möglich. Ich bin der Meinung. Diese Leute zeigen nicht doch... Ich bin der Meinung. Die haben dich bisher gesehen. Oh nein. Sie sehen dich. Da ist die Behinderung. Das wird nicht gut sein. Oh nein! Der hat schon so viel freigespielt, dieser. Wie gesagt, das hilft bei mir hier nicht in meinem Ski-Level. Aber nur dafür, dass ich mehr tolle Outfits habe. Äh, sind wir hier gefangen oder was? Ah. Müssen wir hier nicht rein? Ja. Ah, mit Steuerung kann ich hier rein. Kapelle 1 von Hetty verraten. Äh, das stanziert noch. Dann hier rein. Jo, äh, nein, falsch, so, nein, ab. Jetzt schwimmt, wie ich zwar das Spiel kenne, aber du die ganze Zeit vorläufst, weil ich die ganze Zeit die falschen Tasten drücke. Ja, ich bin der unwissende Anfänger und mach das. Der hat so das Ding gemacht. Ah, mit Weh kann ich dich werfen. Oh. Warte kurz, ich muss schauen, womit ich das machen kann. Ah, okay, warte. Ich will das auch mal versuchen. Ja. Wie du schon. Hui. Und jetzt mit Weh kann ich dir hochhelfen. Okay. Ah. Au. Ey, ach so, das töte ich den gerade nicht mehr. Ah. Oh, hatte ich mir die Idee. Ich habe echt die Werftung. Ah. Haha. Nee. Wie bist du denn da hochgekommen? Ah, so. Danke. Dieses Werfen ist super. Okay, dann werfen ich den. Du musst du mich. Hui. So, und jetzt siehst du schon, wie man Leute umbringen kann. Wenn du jetzt nicht da runtergehst. Genau. Warte kurz. Hier oben geht's auch noch lang. Ah, das habe ich nicht gesehen. Siehst du? Gut, dass du das Spiel kennst. Ob ich das erste Level noch auswendig müsste? Nee. Nee, da ist nichts mehr. Okay. Waaat? Haha. Ich war gespät schon. YouTube-Meister hier. Nix da. Neein. Ha. Das war cool. Und, haben wir alles eingesammelt, was man so machen konnte? Boah, wir waren zu langsam, kann das sein? Nehmen wir mal an, wir werden dauernd zu langsam sein. Das ist okay, damit kann ich leben. Ich habe gerade sein Gewinn nicht dran. Nein, komm hier. Da. Aha. Na, komm hierher, dann. Warte, jetzt mal schaffen wir es. Okay. Und? Geschafft. Oh, Moment. Da müssen wir hin. Geh du. Meins. Hier. Ah, da kann man auch was machen. Okay. Nee. Du kannst seitlich in die Wolken reinlaufen, aber du kannst nicht. Durch die Wolken durch. Tschüss. Nein. Ähm. Meine Rache wird furchtbar sein. Schwarz. Wenn ich dich jemals erreiche. Ah, jetzt. Nein. Meine Rache, sollte ich dich jemals erreichen? Wird grausam furchtbar sein. Ah, jetzt. Glaube ich kaum. Zu deiner Rache. Ja. Du bist ein gemeiner Mistkerl, weißt du das? Nein, danke. Gerne doch. Ich wusste nie, weil das war Leute in TPS reinschmeißen. Irgendwie vertraue ich dir grad nicht. Äh. Achso, du hast mich. Sorry. Da ist man einmal nett. Oh. Haha. Blum ist das hilfreich. Ähm. Der Bissl. Tiefseidend funktioniert es auch doch. Äh, waren wir da Tutu schon? Ich glaube nicht. Oh yeah. Ja, genau. Vertraue mir und geht's weder schnell. Ja, ich war einfach schnell genug. Ich musste denen nicht vertrauen. Ja, das ist natürlich auch eine andere Option. Ah. Ah. Ich bin weggeworfen. Wie greift man an? Äh. Five Controller X. Und kann sie glaube ich auch schmeißen. Das ist nicht mit Enter. Okay, wir müssen sie einfach ins Wasser werfen. Ja. Mein Kristall. Warte kurz. Wäre noch einer von den Kristallen, aber wir kommen da eigentlich nicht hin, oder? Ne. Keine Ahnung. Ne. Okay. Das ging ja. Bisher ist das annehmbar vom Schwierigkeitsgrad her. Ja. Ja. Immerhin noch ein A. A reicht mir doch. Solange ich immer noch dein größtes Problem bin, ist alles in Ordnung. Nein. Uh, das war knapp. Danke. Okay. Ah. Böse Katze. Au. Nein, ich werde gekatzt. Was passiert hier zum Fick? Nein. Nein. Ich bin untergegangen. Weißt du, wie du schlägst? Nein. Es kommt noch keine Erklärung. Geht es mit Linksklick? Nein. Mit was steuerst du denn? Bremmer. Das ist auf jeden Fall cool aus. Ich stelle mir Tastatur. Kann ich mich nur in die Luft jagen? Ich will mich auch in die Luft schlank werden. Ah, jetzt. Okay. Oh, mein Gott. Oh Gott. Ah, mit Alt läuft man durchgehen. Kann das sein? Weiß ich nicht. Ja, mit Alt macht man durchgehen dürfen. Lass mich das auch einsammeln. Oh. I'm sorry. Die kommt gar nicht wieder. Ja. Das ist nur die Frage, wie verwendet man ihn. Ah, so nicht. Nochmal springen in der Luft. Ah. Nein. Der ist in Edelstein. Ich möchte in Edelstein. Ah, genau. Wollen wir eigentlich so komponiert die Tests machen, dass wir alles einsammeln oder nur das, was halt gut erreichbar ist? Wir probieren alles einzusammeln am Anfang noch. Okay. Gott. Ah, warum? Das ging. Ich bleib hier stehen für dich. Du läufst ja jetzt. Hey. Ha. Hey. Ich bin für dich auch noch hoch. Tja. Na warte. Ich schaff das. Du kannst dich, glaub ich, auch zu mir hochspringen, oder? Könnte, aber da bin ich zu stolz für. Mist. Ich bin untergegangen. Ja, genau so. Du bist dein großes Vorbild. Ich wasche das alles nach. Irgendwie ist die Katze. Nein. Nein. Ja, da. Katze. Ah, mit D kann ich die schubsen. So. Falsche Katze. Oh, was hier noch ist. Schieb mich. Ich hab jetzt Wasser mit dir. Hast du ernsthaft gerade dagegen gesteuert? Ja, natürlich. Wollte schauen, ob der, der als erstes im Boot ist, irgendwie mehr Kraft hat oder so. Nein. Habe ich auch gelernt. Oh, wir waren ja tatsächlich gut. Wir kommen ja hier, wir machen ja richtig Erfolge. Wo müssen wir jetzt hin? Da drüben, ne? Das nächste. Wenn du einkaufen willst, musst du zum Giftjob, da kannst du neue Charaktere von zu freischalten. Ah, dann gucken wir uns die nochmal an. Was kann ich denn? Ich will eigentlich, ne. Es ist so, du kriegst, sagen wir mal, Variationen. Ich bin, glaube ich, gerade der Rundkopf. Du kannst halt Zylinderkopf, Dreieckskopf, Quadratkopf bis hier und, äh, was kann ich? Den Dreieckskopf, den suche ich mir jetzt. Wo ist der Zylinderkopf? Äh. Oh, Waffenzubehör. Mist, die haben zu wenig. Hehe. Wo ist ein Zylinderkopf? Ich meinte das hier. Dann, dann hole ich mir Dreieckskopf-Varianten. Ja. Wo kann ich denn meinen Arm? Hier. Oh, du hast einen mit Schal freigeschalten. Nett. Finde ich ja gut. Okay. Ich beschwöre den großen... Oh. Wo kann ich das denn umändern, was ich spiele? Ähm, du... Wahrscheinlich... Warte kurz. Äh, du kannst, wenn du... Wahrscheinlich ist Betty Exit. Bei mir ist Start auf jeden Fall. Kannst du auf die Spiele einstellen. Du, Köpfen. Ah. So, schon. Moment, ich will schon den haben. Ah. Ich bin nicht ein Ninja. Der König. Da bin ich gerade recht glücklich. So. Weiter geht's. Ja. Level 2. Warte. 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 Steht, stelle ich mal hier hin. Bin ich dein Drittbrett? Ja. Mist, ich komme nicht in die Wand dran. Wieso komme ich nicht in die Wand dran? Wo, wo? Irgendwie. Warte, warte, warte. 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 Na, verdammt. Warte. Ich hüpfe und irgendwo machst du mich sozusagen als Sprungbrett, weil ich dann, genau. Ja, wir haben es geschafft. Ah, das ist gut. Achso. Wir hätten eigentlich hier einspringen sollen. Ja, aber. Dem habe ich es gegeben. Du weißt, du wirst zu sprechen. Ah, mit A werte ich meine Waffen ein. Das finde ich ja nützlich. Jetzt kann ich hilfreich sein. Ah. Ah. Es wirft mit Sachen auf mich. Haha. Ich versuche gerade die gleiche Waffe auszuwisten, die du hast. Jetzt hat. Wenn ich... Schau mal zu mir schnell. Äh, ja, warte. Ah. Hast du toll gemacht. Die ist... Naja, wenn die andere Farben haben, als die Sachen im Umkreis, ist das sehr häufig, dass die... Also, dass man durch die Blöcke läuft. Moment. Nein, noch nicht. Jetzt. Dein Pech möchte ich in meinem Fall nicht haben. Ähm. Erklärst du mir bitte, wie du da drin standest? Du hast mich runtergeschubst. Wolltest du den Kristall noch? Wo ist denn der... Ach, da. Den Kristall willst du... Ja, das kann ich versuchen. Danke. Danke. Wolltest du mich wirklich töten? Nein. Nein. Ich wollte eigentlich das Ganze etwas interessanter gestalten. Das war meine einzige Absicht hier. Dann ist ja okay. Ah. Wie hast du das denn jetzt gemacht? Ach, warte. Ähm. Glaub ich... Nein. Ich habe so eine Idee, wie wir das anstellen sollen. Okay. Ich bin gespannt. Ah. Ach. Okay. Du musst erst das obere anstupsen. Dann kurz warten. Und jetzt kannst du hinterher. Weiß ich das ja... Ich teste noch was. Fuck. Fuck. Sehr gut gemacht. Alle getroffen sind nicht gefallen. Ja. Ja, er hat sich selbst getötet. Au. Nein, Lenni. Spreng ihn dir von der Hutze. Oh, die sind so süß. Nein. Ich bin untergegangen. Sehr schön. Die töten sich immer selbst. Das ist aber nicht von ihnen. Sind wir gut oder sind wir gut? Muss ich darauf antworten? Ich bin ja auch für Oder, aber... Lauter Stempel. Nein. Wie lange wollen wir ein paar Tömer machen? Äh, wir machen noch das Level hier. Also den Abschnitt und dann... Okay. Also diesen Level-Abschnitt von Akt 2. Warte, komm nochmal hierher. Ich weiß, wie man da dran kommt, glaube ich. Ah, okay. Das ist ein Verdacht. Ja. Wow. Der Kerl kennt sich mit dem Spiel aus. Nein, ich wollte dich dort einsperren. Geht wieder rein. Nein. Schade. Tut mir ja leid, dass ich nicht für dich zu... Äh... Ja, was hast du... Mist, Kerl. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft. Ich dachte, das wäre ein Versuch, den König umzubringen. Ich dachte, das wäre ein Versuch, den König umzubringen. Ja, ich gucke gerade... Ah, mit A setze ich die Waffen ein. Okay, mit D schubs ich. Oh. Das war so klar. Ich wollte eigentlich gerade sogar noch mit dem Boot wegfahren, aber das... Ist ja leider zu langsam für... Ja, das stimmt. Jetzt habe ich wegen dir den Kristall nicht gekriegt. Oh nein, nicht noch mehr Katzen. Ähm, und jetzt? Ups! Müssen sie in die Luft springen, die eine. Wollte ich da vor die Runde gehen, mal? Nein! Wie ist das passiert? Wie bin ich runtergegangen? Ah! Und jetzt? Wo ist der Ausgang? Wie bist du da hochgekommen? Über die Wand. Ah, ich bin oben. Freiheit für Timit! Oh, mit der Zoom ist noch was. Oh, fuck, fuck. Sorry. Ich wollte eigentlich meine Füße jetzt nicht helfen. Na, dann ist ja okay! Wie kommen wir denn da ran jetzt? Ah! Ich habe da so eine Vermutung. Und? Ja. Warte, ich hüpfe wieder, dann kannst du auf mir draufhüpfen. Ist das nicht ganz recht? Ja, vielleicht noch was von hier einfach. Ja, so geht's auch. Und wie kommen wir jetzt da ran? Ach so, dann müssen wir da rüber. Ähm, okay, wie machen wir das? Ja, gib mir mal da, Stütze. Sprungstütze? Ach so, ja. Vielleicht? So rum. Ach so, ja, so ist es vielleicht schlau. Du hast recht. Vielleicht ist es von da besser. Komm. Falsch, Richtung. Ja, geschafft. Perfekt. Ich bin enttäuscht von diesen Schlackern, die da im Boden sind. Du, es geht darum, dass wir beide überleben. Wie bist du ja kein Lebenskörper? Aber stimmt schon. Aber, äh, wir haben jetzt ein paar Leute geschafft. Wie lange wir uns hier noch vertragen, wie lange das noch gut geht, seht ihr am nächsten Part. Schaut auf Twitter vorbei, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wir verabschieden uns erstmal. Ciao. Ciao, Leute.